Oder gebe ich vielleicht auch mal einem Neustarter die Chance? Wir sehen es so, das Thema muss passen. Wir investieren in beiden Bereichen. Also wir investieren sowohl in Newcomer als auch in traditionelle große Häuser. Das Kernportfolio wird in der Regel mit großen Häusern belegt, die auch einen langen Track-Rekord haben, erfolgreiche Fondsmanager. Kleine Nischenbereiche, Small Caps zum Beispiel aus Europa oder Deutschland. Dort berücksichtigen wir auch ganz gerne neue Fondsmanager, die gute Ideen haben und das auch gut darstellen können. Man kann natürlich mutigen Newcomern eine Chance geben, wenn sie einen Track-Rekord haben. Das heißt, der Fondsmanager nimmt seinen Track-Rekord mit in ein neues Haus. Und dann haben wir die Idealvoraussetzung. Idealerweise, weil kleines Haus, er ist fern von seinen Konzernzwängen und er kann das mal umsetzen, was er sagt, was ist richtig. Wo er auch meistens dann sein eigenes Geld investiert. Allein schon, weil er in seine eigene Firma investiert. Ja, vom Boutique-Sinn, und da will ich jetzt gar nicht zu euphorisch sein, aber für uns schon ein ganz wesentlicher Standpunkt. Einmal, weil wir dann einen sehr guten Zugang auch haben zu den Menschen, zu den Leuten, wir auch die einzelnen Personen kennenlernen wollen. Und das gelingt bei Managern in der Boutique weitaus besser, auch den Investmentprozess zu verstehen. Und von daher glaube ich, dass wenn eine Boutique eine gute Nische besetzt, das ein ganz guter Baustein sein kann in einem breiten Aktienportfolio oder auch im Portfolio. Die Frage stellt sich ja, wenn ich investiere, investiere ich bei den großen Investmentgesellschaften oder gucke ich mir kleinere Fonds von Fonds-Boutiquen an? Es stellt sich sicherlich immer die Frage, gerade wenn es kleine Volumina sind, kann ich daran schon investieren, ja oder nein? Oder gebe ich vielleicht auch mal einem Neustarter die Chance? Wir sehen es so, das Thema muss passen. Und wenn der Neustarter uns beweisen kann, dass er trotzdem gute Ideen hat, beweisen kann, dass er auch in der Vergangenheit sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hat, ist es ein gutes Argument eher, mal einen kleineren Fonds in Anführungsstrichen zu nehmen als die der großen. Denn die großen Fondsgesellschaften haben auch in vielen Jahren gezeigt, dass sie nicht unbedingt die Besseren waren, da waren die kleineren, ertragsmäßiger, besser aufgestellt. Denn die großen Fonds-Boutiquen